Und hier kommt Jason. Nicht nur die Kritiker zweifeln an seinen Fähigkeiten. Ich weiß, dass dir das Stück noch nie gefallen hat. Es stimmt nicht, dass ich es nicht leiden kann. Ich finde nur, dass es ohne Inhalt ist. Auch privat hat er nicht besonders viel zu bieten. Jason die Flasche. Du. Es ist die demütigendste Erfahrung meines Lebens gewesen. Oh Gott, das ist doch nun die absolut schlimmste Erfahrung gewesen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ist sich zu besaufen eine Lösung? Nein, aber man vergisst das Problem. Würde es dir was ausmachen, wenn ich meine arrogante Fassade abstreife und mich volllaufen lasse? Ich bin immer wieder fassungslos, wenn du menschliche Züge zeigst. Darf ich Sie was fragen? Natürlich. Sind Sie nackt? Ja, wenn ich es nicht bin, müsste ich sagen, dass es hier gewaltig zieht. Aber er will mich heiraten. Er hat mich gefragt. Wann? Gerade eben. Während du die Mütze getragen hast? Wenn es dreiteilige Strickanzüge gäbe, würde Leo sich tragen. Du hast mit ihr geschlafen, nicht wahr? Mein Gott, wie konntest du nur... Es ist mir nicht leicht gefallen. Ich kann nicht verstehen, wie du es in diesem Saustein aushältst. Hat dich auch noch deine Putze verlassen? Das hier gehört mir. Oh, Sekunde. Brauchst du nicht noch Papier? Die hängte der Stifte? Heftklammern? Oh, hier ist noch verbrauchtes Fahrbad. Du kannst jetzt nicht gehen. Ich hatte meinen Hund nach dir benannt. War schon lange kein Anruf mehr. Nun, wir haben dem Auftragsdienst mitgeteilt, dass sie da hingeschieden sind. Dudley Moore ist Jason die Flasche.